Und zwar wie gesagt! So, alles, alles schnell, ja? Dann können wir loslegen. Ready to fly! So, für euch machen wir eine schöne Schwunzelrunde, ja? Zum Kuscheln! So, noch dürft ihr Händchen halten. Wir drehen das Ganze mal. Und dann bewegen wir uns auf eine Flughöhe von 25 Meter. So, wir halten mal an, ja? Wir dürfen die Aussicht genießen und dann geht's los. So, wir halten mal an, ja? So, wir halten mal an, ja? Und euch ja kein Stein und Lack davon lernt, ne? Los, ab geht's! Wir packen es! Wir drehen es links rum! Und dann das Ganze noch mal rechts rum hier. Und dann fangen wir ganz gemütlich an. Jetzt heben wir ab. Attacke. Jawohl. I've got the power. Attacke. Los geht's. Wir holen Schwung. So. Mit Anlauf. Ab durch die Mitte. Und dann los geht's. Yippie-yay. Hey. Wir drehen durch. Hamburg schickt Cocktail und gibt Gas. Jawohl. Jawohl. Hoppla. Los. Einer geht noch. Ich hoffe, ihr habt einen Tag noch eine Runde. Wir drehen nochmal auf hier. Los. Attacke. Super. Super. Ha. Kannst du den Schild schreien. Noch eine noch. Einer geht noch. Halbzeit. Verschnaufpause. Wir wechseln die Richtung. Wir fliegen jetzt rückwärts. Auf geht's. So, nochmal die Luft holen wir jetzt. Und dann geht es los. Jawohl. Hier holt wieder Schwung. Und lassen wir euch noch ein bisschen fliegen hier. Los. Tempo Baby. So, ich geh noch ein bisschen fliegen. Einer geht noch. Einer geht noch eins. Super! Finale! Weil du so schön geschrien hast, kriegst du noch eine Runde. Komm! Zugabe! Hextra-Runde! Hintra! Die letzte hier! Auf zum Entsport! So, ihr habt es überstanden. Wir setzen zur Landung an. Neue Runde, neue Reise. Jetzt wieder anschließen. Links an der Gasse. Die Tickets lösen. Zunächst waren sie zwar auf dem total verrückten Karussell hier. Anschließen bitte schön. Dabei sein ist alles. So, da hat die Erde euch wieder. Jetzt wieder anschließen. Links an der Gasse. Die Tickets lösen. Links an der Gasse. Die Tickets lösen. Das ist alles! Den Eurosch. Die Tickets lösen. 8, 10 Facebook.